Länge steigen, nur schul aber da ruf. Da geht's hoch. Hier wird ein Schalterhaube. Hexer. Das ist die kleine Person. Die Hexer. Hey, geh weg. Du Blödi. Geh bloß weg. Ich reiß dich mitunter. Wie hegt der? Es nennt sich Abentziehung. Ja, aber der steht voll ab. Ein Stück. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Aber schon eine Weile. Und da ist das Loch. Ja. Ordentlich runtergerutscht. Das sieht aus wie ein großer Nimbus 2000. Wanderweg. Dann geht's richtig hoch. Ach was. Doch. Aha, jetzt stellen wir dazu an. Ich weiß, wir sind nicht immer anständig beim Hochgehen. Mann. Mann. Das ist wieder voll weiß. Da müssen wir voll über Bäume rachseln. Und? Kannst du doch. Neu. Hier blieb ich doch oben. Wie sonst auch. Oh Gott. Ah. Hui. Dech noch. Die Schnee könnte doch nicht schleicht, oder? Jetzt müssen wir uns vorwärts. Laufst du da im tieferen Schnee? Ja, der rutscht auch. Du hast gesagt, bloß 1,5 Stunden Spaziergang. Ja, machen wir doch. Ich kann ja eh nichts dafür, wenn du nicht schnell laufst. Ja, schnell. Ich laufe gleich schnell. Ich tepp. Du tepp. Ja, gut. Gut. Oh Gott, ich rutsch. Ja, ja, ja. Ja. Sorry. Boah, jetzt aber der Mut. Jetzt bin ich gleich da. Und die Hormone wieder unten. Die Hormone wieder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Musik Musik